Herzlich willkommen zu Folge 245 des FAZ-Einspruch-Podcasts, des Podcasts der FAZ zu Recht, Justiz und Politik. Heute ist der 1. März, wir sind also zumindest meteorologisch schon im Frühling, man merkt es hier in Frankfurt nicht so richtig. Mein Name ist Stefan Klenner und mir gegenüber sitzt Anna-Sophia Lang. Hallo Anna. Hi Stefan, ja man merkt es nicht richtig, es ist ziemlich kalt draußen, aber wenigstens scheint die Sonne und wir haben heute wieder viele gute Themen im Podcast. Ja, wir haben zunächst noch einen kleinen Nachklapp vom letzten Mittwoch, da war es so, dass ja die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Thema parteinahe Stiftungen gefallen ist und wir hatten dann noch überlegt, nehmen wir das noch mit in die Sendung rein oder nicht, mussten dann die Sendung aber vorher aufzeichnen, vergangene Woche und deshalb machen wir es diese Woche umso ausführlicher. Da freue ich mich auf Markus Ugorek, der hatte auf FAZ-Einspruch auch schon einen Gastbeitrag dazu geschrieben, wie jetzt dieses Gesetz, was das Bundesverfassungsgericht für parteinahe Stiftungen verlangt, ausgestaltet werden soll. Da es das Gesetz ja bisher nicht gab, hat die AfD da in der vergangenen Woche einen Erfolg erzielt. Der Bundestag hat die Rechte der AfD verletzt, zumindest im Haushaltsjahr 2019 und mit Markus Ugorek spreche ich jetzt über die Konsequenzen. Wer den Gastbeitrag lesen möchte, der kann das auch tun mit einem FAZ-Einspruch-Abo. Das gibt es unter faz.net slash Einspruch testen für vier Wochen kostenlos. Und das nächste Thema, über das wir dann sprechen, ist nicht minder interessant. Wir haben uns den Jahrestag des Beginn des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine jetzt nochmal zum Anlass genommen, um darüber zu sprechen, wie eigentlich der Status des Völkerstrafrechtes ist, welche Möglichkeiten es gibt, die Kriegsverbrechen, die da in der Ukraine begangen werden, strafrechtlich zu verfolgen, welche Möglichkeiten es nicht gibt und was sich da so Neues entwickelt hat in den letzten Monaten. Und es gibt ja dazu auch mittlerweile einen Entwurf aus dem Bundesjustizministerium, wie das Völkerstrafrecht in Deutschland angepasst werden soll. Und auch darüber werden wir dann sprechen, Stefan. Ja, da gibt es eine ganze Reihe von Neuerungen. Ich bin mal gespannt, ob wir das nachher so ein bisschen sortiert bekommen. Aber ich hoffe, dass uns das gelingt. Danach sprichst du dann mit Dr. Georg Kraft. Der ist Experte für die Strafbarkeit von Amtsträgern für die Verletzung von Verkehrssicherungspflichten. Das klingt erstmal unheimlich formal, aber steckt was sehr Konkretes dahinter, ne Anna? Ja, das klingt sehr trocken und irgendwie sehr fern vom Leben, ist es aber tatsächlich nicht. Wir sprechen anlässlich eines Falles aus dem Jahr 2016, eines extremen, ja einer Tragödie muss man eigentlich sagen. Da sind nämlich in Nordhessen in einer kleinen Stadt in einem Dorfteich drei Kinder ertrunken. Und letztlich hat das dazu geführt, dass der Bürgermeister der Stadt angeklagt worden ist von der Staatsanwaltschaft wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassen, weil die Staatsanwaltschaft gesagt hat, der Bürgermeister hätte den Teich sichern müssen. Der war extrem rutschig und glitschig an einer Stelle und die Kinder haben es dann nicht mehr geschafft rauszuklettern und sind deshalb ertrunken. Und das hätte er in seiner Funktion als Amtsträger absichern müssen, diese Stelle. Und das hat natürlich für sehr viel Verunsicherung gesorgt in vielen Rathäusern, nicht nur in Hessen, sondern auch logischerweise weit darüber hinaus, weil sich viele gefragt haben, ob sie jetzt jeden Fluss einzäunen müssen, jeden Teich. Und Georg Kraft ist dafür Experte und darüber sprechen wir gleich. Danach gibt es wie immer noch ein gerechtes Urteil und auch wieder die Antwort auf eine Hörerfrage. Sie merken, liebe Hörer, dass das jetzt ein bisschen sozusagen schneller läuft. Zurzeit schicken Sie uns viele Fragen, da freuen wir uns sehr drüber. Ja, aber jetzt geht es erst mal zum Thema parteinahe Stiftung mit Markus Ogorek. In der vergangenen Woche hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass der Bundestag die Rechte der AfD verletzt hat. Anlass war ein von der AfD initiiertes Organstreitverfahren, weil die parteinahen Stiftungen aller im Bundestag vertretenen Parteien insgesamt etwa 660 Millionen Euro pro Jahr aus dem Bundeshaushalt erhalten haben, die AfD-nahe Desiderius-Erasmus-Stiftung aber nicht. Das verstößt gegen die vom Grundgesetz garantierte Chancengleichheit der Parteien, Die Verteilung der Gelder erfolgte bisher zudem nur über den Bundeshaushalt. Ein eigenes Gesetz zur Finanzierung der parteinahen Stiftungen gab es nicht. Und das wird sich jetzt durch das Karlsruher Urteil ändern. Über die Entscheidung aus Karlsruhe spreche ich nun mit Prof. Markus Ogorek. Er ist Direktor des Instituts für Öffentliches Recht und Verwaltungslehre der Universität zu Köln. Herr Prof. Ogorek hat bereits vor der Entscheidung einen Gastbeitrag auf FAZ Einspruch veröffentlicht, wo er einen eigenen Gesetzentwurf zur Stiftungsfinanzierung vorgestellt hat. Guten Tag, Herr Prof. Ogorek. Guten Tag. Herr Prof. Ogorek, bevor wir jetzt über die Entscheidung aus der vergangenen Woche im Detail sprechen, müssen wir vielleicht gleich zu Beginn nochmal klären, was sind eigentlich parteinahe Stiftungen? Ja, die parteinahen Stiftungen, so kann man vielleicht beginnen, sind nicht alle Stiftungen. Die meisten sogenannten Stiftungen sind eigentlich eingetragene Vereine. Es handelt sich um Organisationen, die den politischen Parteien nahestehen. Und alle im Bundestag vertretenen Parteien verfügen über solche Organisationen, über solche Stiftungen. Die SPD beispielsweise, über die Friedrich-Ebert-Stiftung. Es gibt die Konrad-Adenauer-Stiftung der CDU, die Heinrich-Böll-Stiftung der Grünen. Und diese Stiftungen sind in vielfältiger Weise zivilgesellschaftlich tätig. Sie betreiben politische Bildungsarbeit, aber auch internationale Entwicklungszusammenarbeit. Sie fördern politisches Engagement, verbitteln demokratische Werte, betreiben Forschung. Und ein ganz zentraler Aspekt der Stiftungsarbeit ist die sogenannte Begabtenförderung. Und viele der Stipendiatinnen und Stipendiaten, die aus den Stiftungen hervorgehen, sind später dann auch im politischen Betrieb tätig. Also es geht auch um Rekrutierung politischen Personals. Dann haben wir, glaube ich, jetzt erstmal über die Tätigkeiten einen ganz guten Überblick. Jetzt hat sich ja das Bundesverfassungsgericht das erste Mal 1986 mit den parteinahen Stiftungen beschäftigt. Damals hatten die Grünen das Verfassungsgericht angerufen. Die verfügten damals noch nicht über eine eigene parteinahe Stiftung und standen dem deshalb ziemlich skeptisch gegenüber. Was hat denn damals in dieser ersten Entscheidung das Bundesverfassungsgericht entschieden? In der ersten Grundsatzentscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 1986 hat das Bundesverfassungsgericht unterstrichen, dass die finanzielle Förderung von den Parteien rechtlich, organisatorisch und personell unabhängigen Stiftungen grundsätzlich in Betracht kommt. Das heißt, das Bundesverfassungsgericht hat klargestellt, dass der Staat aus Neutralitätsgründen nicht generell und in jeder Hinsicht an der Stiftungsförderung gehindert ist. Zugleich hat das Bundesverfassungsgericht aber auch darauf hingewiesen, dass alle dauerhaften und politisch ins Gewicht fallenden Grundströmungen gefördert werden müssen. Das heißt, es gibt zwei wichtige Aussagen. Erstens, die Stiftungen müssen rechtlich, organisatorisch, personell und finanziell unabhängig sein. Und zweitens, wenn es eine Stiftungsförderung gibt, dann müssen alle dauerhaften, politisch ins Gewicht fallenden Grundströmungen gleichermaßen gefördert werden. Und das hat ja der Bundestag jetzt die letzten Jahre dann nicht mehr gemacht, sondern die Desiderius Erasmus Stiftung der AfD, obwohl die sich ja als Partei längst etabliert hatte, sie war zeitweise in allen Landtagen vertreten, im Bundestag, im Europaparlament, hat kein Geld bekommen. Dann war das ja eigentlich, wenn man so will, diese Entscheidung letzte Woche, dass die Rechte der AfD durch den Bundestag dadurch verletzt wurden, fast sowas wie ein Scheitern mit Ansage, oder? Ja, die Stiftungen haben 1998 eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht. Also alle damals geförderten Stiftungen dieser Erklärung hat sich im Nachhinein die Rosa-Luxemburg-Stiftung angeschlossen. Und die Stiftungen haben sich Gedanken darüber gemacht, wann eine Stiftungsförderung eigentlich in Betracht kommen soll und haben festgehalten, naja, Stiftungsförderung soll es dann geben, wenn die der Stiftung nahestehende politische Partei im Bundestag wiederholt vertreten ist, und zwar mindestens einmal in Fraktionsstärke. Und in der Tat, da die Stiftungen ausschließlich Parteien nahestanden, die auch im Bundestag vertreten waren, gab es kein rechtliches Problem, weil alle gleichermaßen gefördert wurden. Diese Situation hat sich verändert mit der Desiderius-Erasmus-Stiftung, die der AfD nahesteht. Und obwohl die Desiderius-Erasmus-Stiftung nun zum zweiten Mal in Fraktionsstärke im Deutschen Bundestag vertreten ist, hat die Des, diese Stiftung, kein Geld bekommen. Und vor dem Hintergrund war es tatsächlich in gewisser Weise ein Scheitern mit Ansage. Also die etablierten Parteien und Stiftungen haben in gewisser Weise die AfD mit ihrem Organstreitverfahren zum Erfolg getragen, weil man sich viel früher darüber Gedanken hätte machen müssen, ein Gesetz zu erlassen und Kriterien sich hätte überlegen müssen, die die Stiftungen erfüllen müssen, um in den Genuss der staatlichen Förderung zu kommen. Darauf hatten Sie ja auch bereits in Ihrem Gastbeitrag auf FAZ Einspruch hingewiesen. Sie hatten ja quasi dort einen Gesetzentwurf skizziert, den Sie im Auftrag des linksliberalen Vereins Compact entworfen hatten. Warum waren Sie da im Vorfeld nicht durchgedrungen? Warum hat nicht einfach die Ampel gesagt, das ist doch ein toller Service, wenn wir da quasi so einen Gesetzentwurf bekommen? Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts schon aus den 80er Jahren deutet ohnehin darauf hin, dass es da vielleicht Handlungsbedarf gibt. Warum haben die da nicht einfach schon ein Gesetz gemacht? Ja, Sie sprechen da eine wirklich wichtige Frage an. Und das ist in der Tat überraschend. Zum einen liegt es eigentlich auf der Hand, dass die Stiftungen in einem grundrechtssensiblen Bereich tätig werden, in einem für die Demokratie zentralen Bereich, der nach Maßgabe der Wesentlichkeitstheorie des Bundesverfassungsgerichts als wesentlich anzusehen ist, mit der Folge, dass man ein Parlamentsgesetz braucht. Also dieser Erkenntnis hat man sich bewusst, unbewusst verschlossen. Vielleicht auch, weil sich die Stiftungen und dieses ganze Förderungsregime, weil man damit ganz glücklich war und weil man auch nicht so in den Fokus jetzt der parlamentarischen Auseinandersetzung und Debatte kommen wollte. Die Desiderius Erasmus Stiftung wirft natürlich jetzt, also die Existenz dieser Stiftung, ihre politischen Ziele und die Nähe zur AfD, die ja vom Bundesamt für Verfassungsschutz als Verdachtsfall eingestuft wurde, die wirft natürlich jetzt die Frage auf, sollen wirklich alle Stiftungen Geld bekommen und unter welchen Voraussetzungen, nach welchen Kriterien und in welcher Höhe soll die Stiftungsfinanzierung überhaupt erfolgen? Und das ist für die Stiftungen unbequem. Ich glaube allerdings ganz fest, dass die Stiftungen eine für unsere Demokratie wichtige Arbeit leisten und dass man gar keine Angst haben muss vor Transparenz. Ich begreife also die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts als eine riesige Chance, also für die etablierten Parteien und ihre Stiftungen, sich Gedanken über das Stiftungswesen, das Wesen der politischen Stiftungen in Deutschland zu machen und einen Gesetzentwurf hoffentlich zeitnah vorzulegen, der natürlich auch dafür Sorge trägt, dass Nicht-Demokraten von der Förderung ausgeschlossen werden. Wie soll das funktionieren? Das Bundesverfassungsgericht hat selbst in der Entscheidung, in der jüngsten Entscheidung darauf hingewiesen, dass natürlich eine Ungleichbehandlung in Betracht kommen kann, wenn es zuwiderlaufendes Verfassungsrecht gibt, wenn das Ganze erfolgt zum Schutz anderer Verfassungswerte. Also die Gleichbehandlung muss nicht absolut gelten. Vor dem Hintergrund wird man sagen können, dass natürlich der freiheitliche Rechtsstaat nicht die Feinde der Freiheit und der Demokratie finanzieren muss. Man wird also unter Rekurs auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung Kriterien entwickeln müssen, die Stiftungen ausschließen, welche nicht auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Ich persönlich stelle mir das so vor, dass man von den Stiftungen verlangt, dass sie nachweisen, aktiv die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu unterstützen. Das heißt, meines Erachtens sollte die Darlegungs- und Beweislast für die Frage, steht eine Stiftung auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, bei der Stiftung selbst liegen. Es ist ja immerhin die Stiftung, die Geld vom Staat verlangt. Und wer entscheidet dann, ob dieser Beweis erbracht wurde? Weil es ist ja dann ziemlich absehbar, dass erst mal, wenn die Stiftungen diese Beweislast haben, dann jede Stiftung sagt, ja, ja, ich erfülle das. Und dann schreiben die einen schönen Bericht, was sie alles für wertvolle Veranstaltungen machen wollen. Das klingt ja jetzt erst mal nicht nach so einer krassen Hürde. Das ist natürlich eine sehr kluge Frage. Und Sie können sicher sein, dass das auch Gegenstand gerichtlicher Auseinandersetzungen sein wird. Denn egal, wie man sich jetzt aussucht als zuständige Behörde, die über die Vergabe der Mittel entscheidet, die AfD wird nicht zufrieden sein. Ja, man könnte jetzt an das Bundesverwaltungsamt denken. Man könnte auch, und dafür würde ich plädieren, den Präsidenten des Deutschen Bundestages mit dieser Aufgabe betrauen, der ja auch im Zusammenhang mit der Parteienfinanzierung wichtige Aufgaben wahrnimmt. So oder so, diese Entscheidung, die die zuständige Behörde treffen wird, also über die Stiftungsförderung, die wird natürlich auch einer gerichtlichen Kontrolle zugänglich sein. Dabei wird es sich ja um einen Verwaltungsakt handeln, sodass man dagegen den verwaltungsgerichtlichen Rechtsschutz bemühen kann. Und vor dem Hintergrund, glaube ich, letzten Endes wird sich auch die AfD keine großen Sorgen machen müssen, dass die Entscheidung der zuständigen Stelle parteipolitisch beeinflusst ist. Denn das Ganze wird ja später auf den Prüfstand der Gerichte gestellt werden können. Von daher, glaube ich, unter Neutralitätsgesichtspunkten und mit Blick auf die erforderliche Rechtsstaatlichkeit des Verfahrens, würde ich mir keine Sorgen machen. Aber wäre es dann nicht konsequenter, das von vornherein bei den Gerichten, namentlich beim Bundesverfassungsgericht, aufzuhängen? Denn es ist ja so, wenn man sich zum Beispiel die Parteienfinanzierung anguckt, dass wenn dort eine Partei dauerhaft von der Parteienfinanzierung ausgeschlossen werden soll, weil es Zweifel an ihrer Verfassungstreue gibt, dann muss das auch das Bundesverfassungsgericht entscheiden. Wäre es dann nicht konsequent, man macht es bei den parteinahen Stiftungen genauso? Das denke ich nicht. Denn es handelt sich ja bei den Stiftungen gerade nicht um Parteien. Und die Stiftungen müssen, wie ich eingangs gesagt hatte, organisatorisch, personell und finanziell von den politischen Parteien getrennt sein. Man muss auch sehen, dass die Behörde, die für die Vergabe der Mittel zuständig wäre, natürlich auch Erkundigungsrechte haben muss. Also beispielsweise müsste der Präsident des Deutschen Bundestages, wenn er mit dieser Aufgabe betraut wird, die Möglichkeit haben, Auskünfte einzuholen beim Bundesamt für Verfassungsschutz. Man kann daran denken, dass er im Austausch steht mit der Bundeszentrale für politische Bildung, mit den Landeszentralen für politische Bildung, dass Gutachten eingeholt werden, beispielsweise von Politikwissenschaftlern. Und dass dann natürlich auf der Grundlage dieser Informationen auch gegenüber der Stiftung, die einen Antrag auf Förderung stellt, Vorhalte formuliert werden. Und es liegt dann, meines Erachtens sollte es jedenfalls so sein, an der Stiftung, diese Vorhalte zu entkräften. Und wenn es der Stiftung nicht gelingt, nachzuweisen, dass sie die freiheitlich-demokratische Grundordnung aktiv unterstützt, dann verdient die Stiftung natürlich auch keine Förderung. Und diese Aufgaben, die ich gerade beschrieben habe, die kann natürlich eine Exekutivbehörde viel besser wahrnehmen als ein Gericht. Warum? Weil die Gerichte rechts sprechen. Das heißt, exekutive Entscheidungen überprüfen und nicht dazu berufen sind, selbst die exekutiven Entscheidungen zu fällen. Außerdem ist das Verwerfungsmonopol des Bundesverfassungsgerichts, das Sie gerade angesprochen haben, eine krasse Ausnahme im Grundgesetz, für die es ja auch eine eigene Grundgesetzbestimmung gibt. So etwas haben wir nicht in Bezug auf die politischen Stiftungen, die ja von den politischen Parteien getrennt sind. Aber dann könnte man es sich doch eigentlich auch einfacher machen und einfach sagen, eine Partei, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird, deren Stiftung bekommt keine Kohle. Das ist in der Tat eine Überlegung, die viele anstellen. Ich persönlich glaube allerdings, dass das zu kurz greift. Denn die Beobachtung der Stiftung nahestehenden Partei sagt ja nicht notwendigerweise etwas über die Positionen der Stiftung aus. Die Stiftungen sind organisatorisch, personell und finanziell und auch rechtlich von den politischen Parteien getrennt. Und deswegen glaube ich, diese Schwelle wäre zu niedrig. Also alleine die Beobachtung der nahestehenden Partei dürfte wohl nicht ausreichen, um die Stiftungsfinanzierung zu versagen. Man wird also genau hinschauen müssen und zwar genau auf die jeweilige Stiftung schauen müssen und sich fragen müssen, naja, wie ist das eigentlich? Kann ich jetzt Positionen der in Anführungszeichen suspekten Partei auch der Stiftung zurechnen? Das heißt, man wird sich Gedanken machen müssen darüber, ob die Stiftung sich Positionen der Partei zu eigen macht. Man wird in die Satzung der Stiftung schauen müssen. Man wird in die Gremien der Stiftung schauen müssen und sich fragen müssen, naja, sitzen da eigentlich auch andere Personen als in der Partei? Und welche Positionen vertreten denn die Stiftungsrepräsentanten? Ich glaube, dass eine wichtige Schwelle erst dann überschritten wird, wenn die politische Partei seitens des Bundesverfassungsgerichts für verfassungswidrig oder verfassungsfeindlich erklärt wurde. Denn eine Grundvoraussetzung für die Stiftungsfinanzierung ist ja, dass es sich um eine dauerhafte, ins Gewicht fallende, demokratische Grundstimmung in der Bundesrepublik handelt. Und daran fehlt es an dieser demokratischen Grundstimmung, wenn das Bundesverfassungsgericht die nahestehende Partei für verfassungswidrig erklärt hat. Was aber ja bisher nur ein absoluter Ausnahmefall ist und auch bei der AfD bisher nicht der Fall ist. Ich versuche mir das Ganze jetzt mal so ein bisschen praktisch vorzustellen. Also nehmen wir mal an, der Verfassungsschutz beobachtet jetzt die AfD zum Beispiel, weil Björn Höcke wieder Aussagen getätigt hat, die völkischem Gedankengut zuzuordnen sind. So, dann schreibt der Bundestagspräsident in seinen Vorhalt, ja, die Desiderius-Erasmus-Stiftung, die soll jetzt kein Geld bekommen, weil der Verfassungsschutz beobachtet, ja, die AfD wegen den und den Äußerungen von Björn Höcke. Wie soll dann die Desiderius-Erasmus-Stiftung nachweisen, dass sie mit diesen Äußerungen nichts zu tun hat? Das stelle ich mir rein praktisch ziemlich schwierig vor. Ja, auf der anderen Seite, die Stiftung muss natürlich Rechenschaft ablegen über ihre Tätigkeit. Das heißt, man wird nicht ohne weiteres pauschal Äußerungen von Parteivertretern der Stiftung zurechnen können. Im Gegenteil, die Stiftung wird aufgrund ihrer Unabhängigkeit im Ansatz darauf verweisen, dass man es sich seitens der zuständigen Behörde, die über die Stiftungsförderung entscheidet, nicht so leicht machen darf. Und da hat sie auch recht, denn es geht um die Stiftung und nicht um die politische Partei. Das heißt, man wird genau, und das ist eine sehr kleinteilige und wahrscheinlich auch sehr aufwendige Arbeit, man wird genau schauen müssen, welche Äußerungen tätigt die Stiftung? Was steht in den Broschüren der Stiftung? Welche Inhalte werden auf Veranstaltungen der Stiftung vermittelt? Welche Erkenntnisse gibt es seitens des Bundesamtes und der Landesämter für Verfassungsschutz? Und auf der Grundlage dieser Informationen, das muss man dann Vorhalte formulieren. Und ich sage mal, im Zweifel wird dann die Stiftung den Versuch unternehmen müssen, sich davon zu distanzieren von Äußerungen der Partei, weil es halt keine einfache Zurechnung geben darf. Und wenn natürlich jetzt Herr Höcke bei der DES selbst auftritt, dann stellt sich natürlich die Frage, wieso lädt die Stiftung ihn zu einer Veranstaltung ein? Und dann stellt sich auch die Zurechnungsfrage in einem anderen Licht. Denken Sie etwa an das Institut für Staatspolitik, das ja gesichert rechtsextrem ist. Die AfD pflegt Kontakte zu diesem Institut. Und wenn das auch auf die DES, auf die Stiftung zutreffen sollte, dann stellt sich auch in dieser Hinsicht erneut die Frage der Zurechenbarkeit, die ich persönlich dann bejahen würde. Das kann ich gut nachvollziehen. Jetzt ist es aber ja gerade so, dass der Verfassungsschutz auch in seinen Berichten nicht immer erklärt, wie er auch zu bestimmten Erkenntnissen kommt. Es ist ja gerade Wesen des Verfassungsschutzes, dass er jetzt nicht alle seine Quellen offenlegt. Wie kann dann eine Stiftung dem entgegentreten? Sie kann ja quasi gar nicht nachvollziehen, woher der Verfassungsschutz jetzt seine Informationen hat, zumindest nicht in jedem Fall. Deswegen hatte ich ja eingangs auch gesagt, dass alleine die Beobachtung durch den Verfassungsschutz wohl nicht ausreichen wird. Es geht immer nur um das Zuliefern von Erkenntnissen, mit denen die zuständige Behörde, die über die Stiftungsfinanzierung entscheidet, dann arbeiten muss. Das heißt, sie muss selber Erkundigungen einholen, auch über das, was der Verfassungsschutz liefert, hinausgehen. Sie wird natürlich in das Gespräch eintreten müssen mit der Stiftung selbst. Und da gebe ich Ihnen recht, also wenn letzten Endes bestimmte Erkenntnisse nicht offengelegt werden können, dann darf sich das nicht zulasten der Stiftung auswirken. Ein Großteil der Materialien dürften allerdings Open Source Intelligence sein. Das heißt, da wird sich das Problem in der von Ihnen geschilderten Form vermutlich nicht stellen. Jetzt hatten Sie ja Ihren Gesetzentwurf schon vor dieser Karlsruher Entscheidung vorgestellt, auch eben für diesen Verein Campact und waren ja zunächst eben nicht durchgedrungen. Sie haben das vorhin schon beschrieben, weil vielleicht auch die Parteien der Ampel da ein bisschen Vorbehalte hatten, das jetzt alles auf so eine gesetzliche Regelung zu stellen. Zumindest bei der SPD war das erkennbar. Jetzt ist ja quasi durch das Bundesverfassungsgericht die Ampelkoalition dazu gezwungen, dieses eigene Gesetz zu machen. Sind Sie da jetzt schon im Austausch? Weil Sie haben ja den Entwurf quasi fertig. Also es ist tatsächlich so, dass wir im Gespräch mit Stiftungen stehen. Wir hatten auch im Vorfeld mit Bundestagsabgeordneten gesprochen. Es handelte sich bei dem Papier, das wir vorgelegt hatten, ja nur um einen Entwurf. Das heißt, auch das war noch nicht in Stein gemeißelt. Wir werden jetzt das Urteil, das neue Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu den politischen Stiftungen natürlich kritisch durchsehen müssen und auch unseren Gesetzesentwurf entsprechend anpassen. Und ich sage mal, im Vorfeld hat man uns gesagt, also aus der Ampel hatten wir das Feedback von Bundestagsabgeordneten, dass man sicher einige der zentralen Punkte unseres Entwurfs im späteren Gesetzgebungsverfahren aufgreifen wird. Gibt es denn schon Punkte auch bei Ihrem Entwurf, wo Sie jetzt schon den Eindruck haben, das müssen Sie korrigieren aufgrund der Karlsruher Entscheidung? Man wird noch mal genau hinschauen müssen, wie man das Kriterium der Verfassungstreue einarbeitet in den Entwurf. Also ich persönlich gehe immer noch davon aus, dass man den Nachweis verlangen kann, seitens der Stiftungen die freiheitlich-demokratische Grundordnung aktiv zu unterstützen. Ich glaube, es wäre zu kurz gedacht, wenn man einfach die Kriterien anlegen würde, die für politische Parteien gelten. Gerade wegen der rechtlichen, organisatorischen und personellen Unabhängigkeit der Stiftungen von den politischen Parteien. Von daher glaube ich, also die Änderungen, die wir jetzt im Blick haben, betreffen vor allem die Frage, ob es eine Obergrenze, eine klare gesetzliche Obergrenze für die Stiftungsfinanzierung geben soll, so wie wir sie auch aus dem Recht der Parteienfinanzierung kennen und wie das Ganze dann aufgespalten wird. Also wie viel Geld soll es für Projektförderung geben? Wie viel Geld soll es als Globalmittel geben? Also da wird man ganz genau hinschauen müssen, auf wie viel Geld sind die Stiftungen überhaupt angewiesen für ihre Tätigkeit? Da wird es Anpassungen geben. Ich glaube nicht, dass am Ende des Tages die Frage der Verfassungstreue aus dem Gesetzentwurf gestrichen wird. Im Gegenteil, weil die SPD beispielsweise hat ja schon angekündigt, dass man dem Bundesverfassungsgericht in seiner jüngsten Entscheidung wertvolle Hinweise entnehmen kann, dafür, dass man ein solches Kriterium der Verfassungstreue braucht. Das haben die Richter ja auch ganz, ganz ausdrücklich so gesagt, dass das eben eine zulässige Ausnahme für die Finanzierung sein kann. Mich würde abschließend noch einen Punkt interessieren, obwohl ja jetzt die Rechte der AfD verletzt wurden durch die bisherige Nichtfinanzierung. Hat das Bundesverfassungsgericht ja darauf verzichtet, der Stiftung jetzt unmittelbar Geld zuzusprechen, obwohl ja die anderen Stiftungen bisher auch ohne Gesetz Geld bekommen haben. Ist das nicht eigentlich inkonsequent? Ja, wie man dieses Vorgehen des Bundesverfassungsgerichts zu deuten hat, darüber gibt es bereits in der Rechtswissenschaft eine Diskussion. Zum Teil wird gesagt, naja, offenbar muss man für 2019 der Desiderius-Erasmus-Stiftung keine Gelder zukommen lassen. Also da wird quasi aus dieser Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts herausgelegt, dass es mit der Feststellung des Verstoßes gegen das Recht auf Chancengleichheit sein Bewenden haben soll. Ich persönlich denke, da macht man es sich vermutlich zu leicht. Denn für das Bundesverfassungsgericht gibt es ja keine Anhaltspunkte dafür, dass der Bundestag den Verstoß gegen das Recht auf Chancengleichheit jetzt nicht korrigieren wird. Das heißt, die AfD geht davon aus, dass sie für 2019 Geld erhalten wird. Und ich denke, in diesem Punkt hat sie wohl recht. Dann sind wir gespannt, was dann passiert, weil das wird sicherlich dann auch noch mal zu einer sehr, sehr engagierten Diskussion führen, auch zu einer Diskussion jetzt bei der Abfassung des Gesetzes. Es gibt dann ja noch eine weitere Entscheidung, die ansteht, die Karlsruhe abgetrennt hat. Das ist über ein Vermerk für den Bundeshaushalt 2022. Da wurde also quasi so ein Verfassungstreuevorbehalt eingefügt, aber eben auch nicht auf gesetzlicher Grundlage, sondern nur bei den Haushaltsberatungen. Wie vermuten Sie, wird das Verfahren ausgehen? Da wird ja Karlsruhe auch noch drüber entscheiden. Ja, also das ist auch der große Unterschied zum Jahr 2019. Der Einwand, das Haushaltsjahr 2019, ist abgeschlossen. Den halte ich nicht für tragfähig im Ergebnis. Allerdings wird man auch mit Blick 2019 durchaus die Frage aufwerfen können, ob es sich bei der AfD schon zum damaligen Zeitpunkt um eine dauerhafte ins Gewicht fallende Grundströmung handelte, ob die Partei eine solche Grundströmung repräsentierte. Also auch da kann man nicht hundertprozentig sicher sein. Mit Blick auf das Haushaltsjahr 2022 und den Vermerk, würde ich sagen, also dieser Vermerk fordert ja, dass die Stiftungen nach ihrer Satzung und nach ihrer Tätigkeit die Gewähr dafür bieten, dass sie sich positiv zur freiheitlich demokratischen Grundordnung verhalten und aktiv im Sinne des Grundgesetzes für diese Grundordnung eintreten. Das ist etwas, das stelle ich mir in ähnlicher Form auch in diesem Stiftungsgesetz vor, das vom Bundestag dann zeitnah zu erlassen sein wird. Ich persönlich glaube, das ist ein gutes Kriterium, das ist ein richtiges Kriterium und vor dem Hintergrund glaube ich nicht, dass das Bundesverfassungsgericht sich in Zukunft generell gegen ein solches Kriterium aussprechen wird. Ob natürlich der Vermerk im Haushaltsplan ausreicht, da haben wir immer noch kein materielles Gesetz, kein Stiftungsgesetz, wie es das Bundesverfassungsgericht jetzt gefordert hat, das steht natürlich auf einem anderen Blatt. Dann wird das auf jeden Fall noch eine spannende weitere Entscheidung zu diesem Thema aus Karlsruhe geben, mindestens eine zu diesem Vermerk, wahrscheinlich dann ja auch noch eine zweite zu dem Gesetz, wenn das dann mal beschlossen ist. Für heute bedanke ich mich erstmal bei Professor Markus Ogorek, er ist Direktor des Instituts für öffentliches Recht und Verwaltungslehre der Universität zu Köln, hat auf FAZ Einspruch seine Vorstellungen zu diesem neuen Stiftungsfinanzierungsgesetz skizziert und sie hier nochmal vertieft. Herzlichen Dank, Herr Professor Ogorek. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am vergangenen Freitag war der erste Jahrestag des Angriffskriegs von Russland gegen die Ukraine. Die FAZ hat dieses Thema sehr, sehr vielschichtig aufbereitet und natürlich ist es auch für uns im FAZ Einspruch Podcast hier ein Thema, vor allem natürlich bezogen auf das Thema Völkerrecht, Völkerstrafrecht. Da muss man ja erstmal sagen, da gibt es schon so den ersten großen Unterschied. Es ist ja einmal so, dass es die Ebene der Staatenverantwortlichkeit gibt, für die ist der Internationale Gerichtshof der Vereinten Nationen zuständig und der hat eigentlich schon im März 2022 in einer Eilentscheidung angeordnet, dass Russland diesen Krieg beenden muss. Russland hat sich nicht daran gehalten und der Internationale Gerichtshof hat leider auch keine Möglichkeit, das durchzusetzen. Das ist so ein bisschen ein typisches Problem dieses Gerichts. Und dann gibt es noch die andere Ebene, das ist ja die individuelle Verantwortlichkeit einzelner Personen auf Ebene des Strafrechts. Da gibt es seit 2002 den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag und der kann aber auch nur eingeschränkt tätig werden. Anna, es gibt da ja verschiedene Delikte, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Völkermord, da kann er was tun. Bei der Aggression, beim Angriffskrieg ist es ein bisschen schwieriger. Genau, da ist es ein bisschen schwieriger, das ist später eingeführt worden, aber das Problem ist, dass manche Staaten, die daran beteiligt wurden, dann selbst Angst hatten, sich damit zu schaden und deshalb die Regeln sehr, sehr eng gefasst sind. Da haben die Vertragsstaaten für diesen Fall der Aggression geregelt, dass der Täter nur dann vor den Internationalen Strafgerichtshof kommen kann, wenn das Heimatland zustimmt und das ist natürlich, sage ich mal, im Fall Russland ja aussichtslos. Genau so ist es, das ist der Grund, warum der Chefankläger Karim Kahn in Den Haag gerade eben nur Beweise sammeln kann für Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit und viele empfinden das natürlich als sehr unbefriedigend, weil damit eigentlich sozusagen der Hauptrahtzieher, der ja hinter diesem ganzen Angriffskrieg steckt, nämlich Wladimir Putin, viel, viel schlechter habhaft gemacht werden kann. Und deshalb gibt es jetzt auf internationaler Ebene verschiedene Ideen für ein Sondertribunal, quasi um parallel zu diesem internationalen Strafgerichtshof in Den Haag, der eben die prozessuale Verfolgung des Aggressionstatbestands so erschwert hat, noch eine andere Ebene zu schaffen. Bei dem Sondertribunal denkt man ja vielleicht erst mal so an die 90er-Jahre, Kriegsverbrechen in Jugoslawien und Ruanda, da gab es ja schon mal Sondertribunale. Anna, warum macht man das nicht einfach wieder genauso? Naja, weil das nicht so einfach ist, wie alles, wenn es um juristische Themen geht. Also die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hat jetzt die Idee gehabt oder vertritt die Idee, dass man ein Sondertribunal einrichten soll nach ukrainischem Recht, was dann dort stattfindet, aber was mit internationalen Richtern besetzt ist. Diese Idee ist jetzt aber bei den anderen Staaten bisher nicht so gut angekommen, unter anderem deshalb, weil das bedeuten würde, dass zum Beispiel Wladimir Putin, solange er im Amt ist, noch Immunität hat und das ist natürlich nicht so richtig Sinn und Zweck der Sache. Zumindest wäre das der Fall, wenn es sich eben um so einen hybriden Strafgerichtshof handelt, wie ihn die Außenministerin Baerbock jetzt vorsieht, dass es eben eigentlich ein ukrainisches Gericht ist und dann quasi ein Staat über den anderen Staat zu Gericht sitzt. Es gäbe natürlich auch die Möglichkeit, einen reinen Ad-Hoc-Gerichtshof der Vereinten Nationen zu machen, so wie das damals bei Ruanda und Jugoslawien der Fall war, aber das ist eben eine absolut theoretische Möglichkeit, du hast eben schon gesagt, es ist nicht so einfach, es ist absolut richtig, das liegt vor allem daran, dass der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zustimmen müsste und Russland da ja ein Veto hat. Naja, jetzt gibt es eben diese Idee mit dem hybriden Strafgerichtshof von Annalena Baerbock und die anderen Staaten sagen, um den einzurichten, wollen sie einen Beschluss der UN-Generalversammlung. Da soll dann quasi der Generalsekretär beauftragt werden, einen Vertrag mit der Ukraine zu machen, dass man dann dieses Sondertribunal eben einrichtet, was sich auch mit der Aggression dann beschäftigen kann und so soll dieses Problem mit dem Sicherheitsrat umgangen werden. Die Schwierigkeit ist natürlich, kriegt man da dann überhaupt eine Mehrheit in so einem Sondertribunal. Auch die Immunität, da ist umstritten, ob das nicht dann immer noch zu beachten wäre, weil es ja formal eben dann immer noch ein Gerichtshof eines anderen Staates wäre und es stellt sich natürlich auch die Frage, kann da überhaupt in Abwesenheit verhandelt werden, wie ist das mit der Durchsetzbarkeit der Entscheidung, also da sind noch viele offene Fragen, aber es ist denke ich schon eine Entwicklung, wenn man so jetzt auf das Jahr zurückguckt, dass überhaupt über so ein Sondertribunal wieder diskutiert wird. Es gab ja ursprünglich auch mal die Idee, dass quasi der internationale Strafgerichtshof in Den Haag Sondertribunale für alle Zeiten obsolet macht, das auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Entwicklung im vergangenen Jahr. Also es ist immer dann schwierig, wenn sehr viele, sehr unterschiedliche Staaten zusammenkommen, das merkt man ja in anderen Politikfeldern auch, aber gerade wenn es natürlich um die Verfolgung von Verbrechen geht und man verschiedene Staaten hat, wie Russland, wie China, wie die USA auf der anderen Seite und aber auch die europäischen Staaten, dann wird es einfach kompliziert, das ist so, deshalb ist da wahrscheinlich auch vermutlich nicht in absehbarer Zeit irgendein Konsens oder eine greifbare Lösung in Sicht. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit und zwar hat das mit dem Weltrechtsprinzip zu tun, denn es gibt ja auch das nationale Völkerstrafrecht hier in Deutschland. Also wir haben einmal das Strafgesetzbuch und dann haben wir das Völkerstrafrecht und das Weltrechtsprinzip besagt, dass ein Staat Völkerstraftaten auch dann verfolgen kann, wenn die Taten nicht auf seinem Hoheitsgebiet stattgefunden haben, nicht durch einen seiner Staatsbürger oder gegen einen seiner Staatsbürger, also wenn überhaupt gar kein Bezug zum jeweiligen Land besteht. Und nach diesem Weltrechtsprinzip gibt es schon ein paar wichtige Beispiele, wo deutsche Gerichte geurteilt haben, insbesondere mit Bezug zu Syrien und dem sogenannten Islamischen Staat. Syrien ist kein Vertragsstaat des Internationalen Strafgerichtshofs. Das heißt, es gibt keine Möglichkeit dort eine Anklage zu erheben bei Taten, die in Syrien von Syrern gegen Syrer oder jedenfalls nicht deutsche Staatsangehörige begangen worden sind. Aber deutsche Gerichte haben syrische Staatsangehörige schon verurteilt und da fallen mir jetzt vor allem drei große Beispiele ein. Da warst du, glaube ich, auch dabei, teilweise oder hast das zumindest auch redaktionell so ein bisschen mitverfolgt. Genau, also tatsächlich hat sich das Oberlandesgericht Frankfurt da sehr hervorgetan und zwar das erste Verfahren, das ich auch begleitet habe am OLG Frankfurt war, da ging es um Völkermord unter anderem Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen gegen Personen und so weiter und so fort. Also der Fall ist bekannt geworden, weil es um den Mord an einem fünfjährigen jesidischen Mädchen ging, wo ein IS-Anhänger angeklagt war, der das Mädchen zur Strafe in der großen, großen Hitze an ein Fenster gekettet hat und sie da verdursten hat lassen. Und da hat der Generalbundesanwalt den Völkermord angeklagt, weil er gesagt hat, dass der Mord an diesem Mädchen Ausdruck des Vernichtungswillens, des IS gegenüber dem Volk der Jesiden war. Also überhaupt keinen Bezug zu Deutschland, nur insofern und das hat wahrscheinlich auch damit zu tun gehabt, dass dieser Prozess da nach Deutschland gekommen ist, weil die Ehefrau nach islamischem Ritus des Angeklagten Jennifer W. eine Deutsche war, also eine deutsche IS-Anhängerin und die stand vor dem OLG München wegen derselben Tat und der Angeklagte hier aus Frankfurt ist in Griechenland festgenommen worden, in Athen und dann nach Deutschland ausgeliefert worden über den Frankfurter Flughafen und deshalb ist dieses Verfahren dann in Frankfurt gelandet und zwar das weltweit erste Strafverfahren wegen Völkermordes an den Jesiden und der Bundestag hat Anfang dieses Jahres im Januar die Verbrechen des IS an den Jesiden dann auch als Völkermord eingestuft so, also das ist das eine Beispiel und das andere große Beispiel ist vom OLG Koblenz und zwar haben die den weltweit ersten Prozess wegen Staatsfolter des syrischen Regimes geführt also auch hier überhaupt kein Bezug zu Deutschland kein deutscher Angeklagter nur dieser ehemalige Geheimdienst Mitarbeiter dieser Oberst der da angeklagt war für das Al-Khatib Gefängnis in Damaskus zuständig gewesen ist der war nach Deutschland geflüchtet und hat in Berlin gelebt da ist er auch festgenommen wurden und auch sein Mitangeklagter der ein Handlanger gewesen ist dem Urteil zufolge der war auch in Deutschland und der hat in zwei Brücken gelebt und der ist dort festgenommen worden und daher hat sich die Zuständigkeit des OLG Koblenz ergeben Ja das finde ich sehr spannend das waren jetzt nochmal so zwei Beispiele die ja in diesem Beispiel Syrien quasi gezeigt haben wie man eigentlich auch von einem Staat wo man ja das Gefühl hat da kommt man überhaupt nicht ran auf internationaler Ebene da ist es ja auch so dass eben auch Russland da vieles blockiert was eigentlich die UN sonst machen könnte oder vielleicht auch in Den Haag sonst angefasst werden könnte den Leuten habhaft wird was erreichen kann dafür gibt es ja auch dieses Völkerstrafgesetzbuch man muss dazu sagen es ist von der Systematik sehr stark an diesem römischen Statut orientiert auch da geht es eben nur um du hast das Beispiel Völkermord gebracht aber auch Kriegsverbrechen Verbrechen gegen die Menschlichkeit Aggression kann auch da nicht verfolgt werden da gilt dieses Weltrechtsprinzip nicht aber immerhin die anderen Delikte die sind da auf dem Schirm und der Generalbundesanwalt hat auch schon im März 22 also vor knapp einem Jahr da ein Struktur Ermittlungsverfahren eingeleitet das wird sich noch lange hinziehen weil es sehr sehr schwer ist gerade auch für diese Delikte wie Verbrechen gegen die Menschlichkeit Kriegsverbrechen auch gerichtsfeste Beweise zu finden das ist nochmal viel viel schwerer als auch bei dem Aggressionstat Bestand aber vielleicht wird man am Ende dann auch und ich sag mal Frankfurt ist aufgrund des Flughafens ja in der Tat immer wieder auch dann in der örtlichen Zuständigkeit also auch da könnte es sein dass vielleicht irgendwann auch Verantwortliche des Ukraine Kriegs dann mal vor deutschen Gerichten stehen genau genau und es gibt noch ein drittes Beispiel auch in Frankfurt da ist ein syrischer Arzt angeklagt da geht es auch um Staatsfolter also Folter des Regimes und da war es eigentlich so wie in dem Fall aus Koblenz dass Folteropfer diese Männer erkannt haben und daraufhin dann auch die Ermittlungen in Gang gekommen sind und so könnte es natürlich sage ich mal ganz theoretisch im Fall des Ukraine Kriegs auch sein je nachdem sollte sich jemand der in Russland solche oder besser gesagt in der Ukraine solche Verbrechen begangen hat von russischer Seite in Deutschland aufhalten und hier erkannt werden von den vielen ukrainischen Geflüchteten die hier sind dann könnte natürlich sage ich jetzt mal ganz theoretisch gesprochen so ein Verfahren auch entstehen ja das ist glaube ich also natürlich zur Zeit ist es noch total theoretisch aber es ist schon etwas was die Politik auch beschäftigt Bundesjustizminister Buschmann zumindest hat das Thema auch im Blick er hat in einem Namensbeitrag für die FAZ in der vergangenen Woche auch ein paar Änderungen angekündigt die er da sozusagen angehen möchte einmal soll die Strafprozessordnung dahingehend ergänzt werden dass Opfer von Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder von Kriegsverbrechen künftig auch Nebenkläger sein können als ich das gelesen habe habe ich so ein bisschen gedacht irgendwie hatte ich aber auch im Kopf dass in den Verfahren die du geschildert hattest da schon mal Nebenkläger waren oder Anna ja das ist auch richtig also es gibt schon die Möglichkeit Nebenkläger zu sein in solchen Verfahren wenn ich mich jetzt mal an den Beispielen orientiere die ich genannt habe also zum Beispiel in dem Prozess um den Völkermord an den Jesiden da war die Mutter des getöteten Mädchens Nebenklägerin die auch selbst versklavt war mit ihrer Tochter misshandelt wurde vergewaltigt wurde und zur Arbeit gezwungen wurde und in dem Staatsfolterprozess in Koblenz und jetzt dem Prozess gegen den syrischen Arzt a la M in Frankfurt sind jeweils Folteropfer Nebenkläger also auch mehrere also die Nebenklage ist bereits jetzt möglich aber ist es trotzdem so dass die Nebenklage ja in der Strafprozessordnung geregelt ist und da das Völkerstrafrecht explizit überhaupt nicht vorkommt ja so dieser Paragraf bezieht sich nur auf das Strafgesetzbuch und außerdem ist es so dass die Nebenklage also das als Voraussetzung für die Nebenklage eine sogenannte Verletzteneigenschaft gefordert wird also eine konkrete Tatbetroffenheit dieser potenziellen Nebenkläger das heißt dass eine tateinheitliche Norm nach dem Strafgesetzbuch mit angeklagt sein muss zum Beispiel Mord das ist in diesen Verfahren auch oft so oder eigentlich immer so im Fall des jesidischen Mädchens zum Beispiel war Mord mit angeklagt auch bei dem syrischen Arzt in Frankfurt hier a la M sind Mord schwere Körperverletzungen und so weiter in Bezug auf die Folterungen die er da gemacht haben soll angeklagt aber es können eben nur solche Personen Nebenkläger sein die nach dem Ergebnis der Ermittlungen konkret selbst geschädigte waren und jetzt ist die Frage im Bezug auf diesen Entwurf von Buschmann am Beispiel Völkermord an den Jesiden wie wollen die das definieren also in diesem Verfahren hätte sich zum Beispiel nicht jeder als Nebenkläger beteiligen können der Jeside ist also der sozusagen indirekt aufgrund seiner Gruppenzugehörigkeit Opfer geworden ist sondern eben nur diese Personen die jetzt ganz konkret davon betroffen waren man muss dazu sagen der Entwurf aus dem Ministerium bezieht sich überhaupt gar nicht auf den Paragrafen zum Völkermord das heißt das fällt schon mal raus er bezieht sich nur auf Paragraf 7 und 8 Völker Strafgesetzbuch Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen gegen Personen diese Opfer sollen jetzt explizit in die SCPO aufgenommen werden und dann auch entsprechend berechtigt sein Opferanwälte beigeordnet zu bekommen und psychosoziale Prozessbegleiter und so weiter aber die Praktiker mit denen ich jetzt gesprochen habe die fragen sich ob das jetzt wirklich der große Wurf ist als der es dargestellt wird und die sagen es kommt jetzt natürlich dann darauf an wie es genau ausformuliert ist ja also da habe ich auch tatsächlich so ein bisschen Zweifel weil es eben faktisch dann oft so ist dass auch jetzt schon Taten aus dem Strafgesetzbuch eben da mitverwirklicht sind trotzdem ist es natürlich spannend das jetzt zu beobachten auch wie das vielleicht dann im Gesetzgebungsverfahren noch ausgestaltet wird es gibt ja ich wird tatsächlich schon starke Auswirkungen haben und das Justizministerium will auch darauf achten dass die Urteile zum Völkerstrafrecht aus Deutschland künftig ins Englische übersetzt werden was dann natürlich auch für die Rechtswissenschaft ein großer Gewinn ist ja das sehe ich auch so ich merke das in diesen Verfahren hier in Frankfurt dass da wirklich auch internationale Presse nicht deutschsprachige Presse da ist natürlich haben die manchmal auch deutschsprachige Korrespondenten die New York Times zum Beispiel oder sowas aber eben nicht alle und ich denke dass das von Vorteil sein kann allerdings wirft es natürlich wieder so logisch dass aus Pressesicht ist Fragen auf wie soll das technisch funktionieren wie funktioniert es dann von der Organisation her wer bezahlt das alles und so weiter also das wird sich die Justiz jetzt fragen wenn sie diesen Entwurf liest weil die müssen das ja dann in den Ländern letztlich umsetzen absolut und natürlich muss man dann auch mal gucken wie viele Sprachen da dann wirklich betroffen sind das kann dann schon auch ziemlich aufwendig werden wir werden es auf jeden Fall im Blick haben ich fand das jetzt einfach mal so eine spannende Zwischenbilanz das ganze Thema ist natürlich sehr sehr bedrückend und ich fand auch jetzt die ganze Woche wo wir in der FAZ immer wieder so Kriegsrückblicke hatten das war schon auch teilweise sehr sehr hart zu lesen auf der anderen Seite ist natürlich gerade diese völkerstrafrechtliche Verfolgung jetzt ganz egal ob auf internationaler oder nationaler Ebene denn auch für viele ein Hoffnungszeichen und ja wir werden uns das Ganze weiter gut angucken und unsere Hörer auch hier im Podcast regelmäßig auf dem Laufenden halten im Sommer 2016 sind in einem Dorfteich in Nordhessen in der Stadt Neukirchen drei Kinder im Dorfteich ertrunken die waren fünf und acht und neun Jahre alt und zuerst sah es so aus dass das einfach eine riesige Tragödie ist und für den Ort und schließlich hat dieser Fall aber dazu geführt dass Neukirchen mit seinen 7000 Einwohnern aus juristischen Gründen in den Fokus geriet denn der Bürgermeister der damals seit gut 25 Jahren an der Spitze der Stadt war wurde angeklagt wegen fahrlässiger Tötung die Staatsanwaltschaft hat ihm vorgeworfen dass er den Dorfteich hätte sichern müssen weil er als Bürgermeister eine Verkehrssicherungspflicht für die Gefahrenstellen hatte und diese Verkehrssicherheitspflicht die habe er verletzt es gab viel Protest und viel Widerspruch gegen diese Anklage und auch während des darauf folgenden Prozesses am Amtsgericht in Schwalmstadt war das ging das weiter die Unterstützer des Bürgermeisters haben gesagt man könne doch für ein solches Unglück nicht ihn verantwortlich machen und warum man denn jetzt unbedingt einen Schuldigen braucht für das was da passiert ist aber das Amtsgericht hat den Bürgermeister dann in erster Instanz verurteilt und jetzt gerade vor ein paar Tagen auch das Landgericht Marburg in der zweiten Instanz und über diesen Fall und die Fragen die sich daraus ergeben spreche ich jetzt mit Georg Kraft er ist Rechtsanwalt in München Experte für die Verkehrssicherungspflicht und damit verbundene Fragen von Amts- und Staatshaftung vertritt insofern seit vielen Jahren bayerische Kommunen vor Gericht er ist außerdem ständiger Dozent an der Deutschen Richter Akademie für Amts- und Staatshaftung und hat für verschiedene bayerische Kommunen Sicherheitskonzepte und Leitfäden zur Frage der Erfüllung von Verkehrssicherungspflichten an Badegewässern Wanderwegen Mountainbike Trails und so weiter geschrieben Herr Kraft schön dass Sie da sind Ja guten Morgen Herr Kraft lassen Sie uns vielleicht zuerst über die erste Instanz sprechen Sie haben sich ja das Urteil auch angeguckt und das analysiert vielleicht können Sie das zuerst mal erklären Wie hat das Amtsgericht Schwalmstadt geurteilt und wie lautete die Urteilsbegründung Also das Amtsgericht Schwalmstadt hat den Bürgermeister strafrechtlich verurteilt für fahrlässige Tötung in drei Fällen Der Sachverhalt stellte sich so dar das war wohl früher ein Löschwasserteich oder auch nicht das geht nicht so ganz klar aus den Urteilsgründen hervor aber offensichtlich hat man diese Anlage ausgebaut man hat sie also mit Pflastersteinen am Ufer ertüchtigt allerdings relativ steil angeböscht es war auch bekannt offensichtlich dass hier die Bevölkerung dort zum Schwimmen geht hat wohl auch ein Beachvolleyball Feld in der Nähe errichtet also hat ein paar so Freizeitanlagen so drumrum geschaffen was im Prinzip ganz normal ist und was was jede Kommune auch üblicherweise tut für ihre Bürger das Problem war wohl man wird so bezeichnen müssen eine Verkettung ganz vieler unglücklicher Umstände nämlich dass diese gemauerte oder mit Pflastersteinen ausgeführte Böschung dass die veralgt war also das heißt das war wohl rutschig wie Schmierseife also wenn man da einmal diese Böschung runtergerutscht ist und im Wasser war kam man nicht mehr raus und das ist sehr gefährlich es kommt noch dazu dass offensichtlich auch bekannt war dass Kinder aus der benachbarten Wohnbebauung da auf dieses Gelände gehen auf dem Beachvolleyplatz um dort Sand zu spielen und deswegen hat auch das Amtsgericht Schwalmstein gesagt man hätte schon diese ganzen Umstände hätte man entweder kennen müssen oder man kannte sie auch und deswegen hätte man auch Sicherungsmaßnahmen ergreifen müssen zum Schutz dieser Kinder dazu muss man auch sagen dass die Rechtsprechung bei Kindern sagt die sind besonders schutzbedürftig und bei Kindern muss man vor allem mit sogenannten suboptimalen Verhalten oder sogar verbotswidrigen Verhalten rechnen das heißt man muss also die jugendliche Unvernunft den Leichtsinn auch vielleicht den Reiz des Verbotenen bei der Beurteilung der Gefahrenlage berücksichtigen und alles zusammengenommen und da schlägt wieder das sogenannte Diktat des Einzelfalls durch die Verkehrssicherungspflicht richtet sich immer nach dem Einzelfall also man kann das nicht verallgemeinern kam das Amtsgericht Schwarmstadt zu dem Ergebnis dass der Bürgermeister das hätte sehen müssen und hat ihn deswegen auch strafrechtlich verantwortlich gemacht das Urteil war aber muss man auch dazu sagen das mildeste Mittel was es geben kann und zwar die Verwarnung mit einer vorbehaltenen Geldstrafe Ja also ich bin offengestanden kein Strafrechtler ja also ich habe zwar mich auch mit der strafrechtlichen Seite befasst aber ich bin jetzt kein Strafverteidiger das heißt die Strafzumessung das entzieht sich meiner Kenntnis wie das Gericht das macht nachdem aber das keine Wiederholungstat ist scheint mir diese Bewährungsstrafe und die Geldstrafe vollkommen normal zu sein Jetzt kommen wir zur zweiten Instanz der Bürgermeister hat Rechtsmittel eingelegt gegen das Urteil die Staatsanwaltschaft auch und jetzt hat vor einigen Tagen das Landgericht Marburg das Urteil der Vorinstanz bestätigt wenn Sie sich den Fall so angucken war das aus Ihrer Sicht so zu erwarten also hatte die Berufung da überhaupt eine Chance wenn man sich diesen Einzelfall anschaut also ich habe seinerzeit intensiv mich mit dem Urteil auseinandergesetzt vom Amtsgericht Schwarmstadt weil das auch ein maßgeblicher Orientierungspunkt für meine Sicherheitskonzepte ist die ich hier mache für die bayerischen Badegewässer das ist fällt in die Fallgruppe der sogenannten lebensbedrohlichen Fallen und das hat der BGH zivilrechtlich schon im Jahr 1988 in der Baggersee Entscheidung entschieden dass hier vor lebensbedrohlichen Fallen auch dann gewarnt werden muss wenn wenn zum Beispiel auch dort das Baden verboten ist aber man weiß dass hier dort gebadet wird und vor allem von Kindern gebadet wird also zum Beispiel wenn man das schreiben in einem Leitfaden wenn zum Beispiel es eine ganz flache Stelle gibt und danach aber eine sehr sehr steile Kante abfällt wo es sehr sehr tief runter geht am anderen Ende und die Kommune zum Beispiel weiß an der flachen Stelle da sind gerne Familien mit kleinen Kindern oder sowas genau richtig das ist der Punkt also das war ein sehr tragischer Fall auch das ging so ein paar Meter sehr flach 20 Zentimeter rein da gab es zwar ein Verbotsschild Baustelle aber das ist ja wie so oft den vielen Menschen egal da wusste aber auch die Kommune dass dort Familien mit Kindern dort baden weil das einfach einlädt dieser seichte Bereich und das ging eben nach ein paar Metern übergangslos gab es eine Abbruchkante und dann geriet ein kleiner Junge über diese Abbruchkante da ging es dann auf acht Meter Tiefe und dann ist er ertrunken und das ist eigentlich Stand der zivilrechtlichen Rechtsprechung jetzt aber auch der strafrechtlichen Rechtsprechung das ist ungefähr deckungsgleich dass nämlich vor solchen lebensbedrohlichen Fallen immer dann gewarnt werden muss wenn erkennbar ist dass jemand also insbesondere Kinder in eine solche Falle geraten kann und eine solche lebensbedrohliche Falle ist dann aus ihrer Sicht auch diese Stelle mit dem gepflasterten und glitschigen und sehr steilen Ufer an dem Teich in Nordhessen Ja also es gibt zwei Alternativen dieser Fallen das erste ist man fällt in diese Falle rein und verletzt sich dann sofort oder kommt zu Tode die zweite Alternative und die greift hier ist man kommt in die Falle rein und kommt nicht mehr raus und das ist das das Tragische an der ganzen Sache dass durch diesen Algenbewuchs es offensichtlich so klitschig war dass die Rettungskräfte große Schwierigkeiten hatten rauszukommen aus dem Wasser das ist genau das Problem genau also auch die Rettungskräfte haben tatsächlich eine Leiter gebraucht um da wieder rausklettern zu können an dieser Stelle eine Besonderheit des Berufungsprozesses war ja noch dass ein Versicherungsschreiben aufgetaucht ist und zwar schon Jahre alt von 2014 war das in dem ein Mitarbeiter der Stadt die Kommunalversicherer angefragt hat die Gefährlichkeit dieses Teiches einzuschätzen und da auch Fotos hingeschickt hat und der Versicherer hat dann gesagt ja das ist als gefährlich einzuschätzen und ihr müsst diese Stelle absichern oder einzäunen oder irgendwie auf jeden Fall und der Bürgermeister hat gesagt er habe diesen Inhalt des Schreibens auch wenn er es abgezeichnet hatte nicht wahrgenommen und die Gefährlichkeit des Teichs sei nie ein Thema gewesen was der Zeuge dieser Verwaltungsmitarbeiter anders dargestellt hat also die Frage wenn es so ein Versicherungsschreiben dann auftaucht und das mal analysiert worden ist und die Versicherung dann tatsächlich auch gesagt hat ja das ist gefährlich gibt es in solchen Fällen dann aus ihrer Sicht überhaupt noch eine Möglichkeit da ohne strafrechtliche Verantwortung rauszukommen als Stadtoberhaupt Ja schwierig also das das war natürlich was heißt unglücklich aber also man muss vielleicht eines sagen zugunsten des Bürgermeisters die Gefährdungsbeurteilung der Haftpflicht Versicherung sind gerichtet auf absolute Unfallvermeidung es ist allerdings von der Rechtsprechung auch anerkannt dass eine vollkommene Gefahrlosigkeit die kann man nicht fordern also das allgemeine Lebensrisiko kann man nicht eliminieren das heißt solche Empfehlungen kann man mit Vorsicht genießen aber wenn man so eine Empfehlung hat von der Versicherung muss man in jedem Fall genau hinschauen dann muss man eher vielleicht einen externen Gutachter hinzuziehen der sich die ganze Sache mal anschaut und sagt okay ist es gefährlicher oder nein brauchen wir irgendwelche Halteleinen brauchen wir Zäune was brauchen wir hier genau das scheint nicht der Fall gewesen zu sein er hat möglicherweise das Schreiben zur Kenntnis genommen oder auch nicht und hat es dann abgeheftet aber natürlich strafrechtlich ist es äußerst ungünstig um das mal vorne mal auszudrücken es erschwert die Verteidigung des Bürgermeisters Sie haben jetzt gerade schon angesprochen eine komplette Gefahrlosigkeit von Badeseen und so weiter kann es überhaupt nicht geben also was ist mit der Eigenverantwortung der Bürger ich denke jetzt zum Beispiel auch an eine Stelle wo man sieht es ist ein klares Gewässer und man hat Steinplatten oder große Steine oder irgendwas und man sieht die sind mit Algen bewachsen oder so ähnlich wenn man jetzt da einen Unfall hätte wie wäre es dann da ja es kommt immer darauf an wer sich verletzt also hier waren es Kinder wenn das hier Erwachsene gewesen wären das Amtsgericht Schwalmstadt hat ja auch nicht zu Unrecht bemängelt dass hier nicht hinreichend gewarnt wurde also es gab zwar ein Schild vor sich Teichanlage aber es gab kein Piktogramm und das ist auch lange Jahre schon Rechtsprechung dass das BGH das Schilder zunächst mal es gibt so eine sogenannte Beachtensvermutung das heißt wenn Schilder dastehen gibt es eine tatsächliche Vermutung dass sie auch beachtet werden wenn es um Kinder geht dann müssen sie kindgerecht gestaltet sein also hier hatte man nur ein Textschild aber kein Piktogramm also das ist das eine das zweite ist wenn es Erwachsener gewesen wäre puh schwierig wenn er nicht schwimmen kann da gilt vielleicht das gleiche Selbstgefährdung heißt ja immer ich weiß ich erkenne die Gefahr und bei einer lebensbedrohlichen Falle das Wesen der lebensbedrohlichen Falle ist ja genau dass ich die Gefahr nicht erkennen kann sondern ich tappe rein deswegen auch Falle man hat natürlich andere Fälle der Selbstgefährdung also ich habe ein natürliches Gewässer und springe vom Uferkopf über rein als Erwachsener da ist die Rechtsprechung sehr klar wenn man sich schwer verletzt das sind sehr viele Fälle der Querschnittslähmung und es ist ein Erwachsener oder 17, 18, 19 Jahre dann gibt es weder Schadenersatz noch eine strafrechtliche Verfolgung weil sich jemand hier aus Leichtsinn einer Selbstgefährdung ausgesetzt hat man hätte wissen müssen dass im Uferbereich es nicht gesichert ist dass man ausreichende Sprungtiefen hat und wenn man nochmal zu den kleinen Kindern kommen und dem Thema ertrinken was ist mit der Aufsichtspflicht der Eltern inwiefern spielt die eine Rolle Ja die Aufsichtspflicht der Eltern wurde im strafrechtlichen Urteil hier behandelt da ist es so da ist Rechtsprechung des BGH dass sich der Verkehrssicherungspflichtige darauf einstellen kann oder damit rechnen darf dass Kinder bis zu vier Jahren lückenlos beaufsichtigt werden und dann hat er grundsätzlich keine Aufsichtspflichten hier glaube ich waren die Kinder älter das heißt es ist jetzt nicht zu beanstanden dass die aus dem Haus gelassen worden sind in jedem Fall also vielleicht Zivilrecht hätte man das muss man eben unterscheiden wir sind ja hier im Strafrecht beim Zivilrecht hätte es möglicherweise zu einer Anspruchskürzung kommen können was ich allerdings nicht glaube aber die Aufsichtspflicht also das verlagert sich so ein bisschen derjenige der den Verkehr eröffnet hat also durch die Beachvolleyballfelder und so weiter und durch diese Anlage desto mehr muss er aufpassen also das verlagert sich ein bisschen von den Eltern zum Verkehrssicherungspflichtigen diese Eröffnung das bedeutet dass dass eine Gemeinde zum Beispiel indem sie Grillplätze oder ein Beachvolleyballfeld oder einen Spielplatz oder sowas in die Nähe so eines Gewässers baut dann damit auch zu rechnen hat dass dieses Gewässer zum Schwimmen oder Baden oder wie auch immer genutzt wird und damit kommt dann entsteht dann sozusagen erst diese Verkehrssicherungspflicht ja also die Verkehrseröffnung ist ein ganz zentrales Element Verkehrseröffnung kann darin liegen also vor allem wenn es um Gewässer geht natürliche Gewässer die Gemeinde sagt das ist auch nachvollziehbar wir wollen was Gutes tun für die Bürger da haben wir hier einen natürlichen See oder irgendein anderes urbanes Gewässer und jetzt präpariere ich das mal so dass die Bürger das nutzen können so und dann entferne ich den sperrenden Bewuchs am Uferrand mähe vielleicht das Gras mache noch eine Toilette hin dann gibt es noch einen Kiosk ein Beachvolleyballfeld einen Spielplatz so in dem Moment wo ich diese ganzen Anlagen schaffe dann habe ich eine sogenannte Verkehrseröffnung und wenn ich eine Verkehrseröffnung habe dann muss ich auch erstens mit der sogenannten gefährlichen Umgebung rechnen und mit der gefährdeten Umgebung gefährdete Umgebung war jetzt hier der Fall Kinder kommen von draußen einfach hier rein und spielen im Sand vom Beachvolleyballplatz oder weil das einfach da schön ist das ist ja auch nachvollziehbar das heißt damit muss der Verkehrssicherungspflichtige grundsätzlich rechnen dass hier die Anlage so genutzt wird wie es dann jetzt auch letztlich passiert ist das zweite ist ich muss auch Gefahren außerhalb der eigentlichen Verkehrseröffnung mir anschauen das heißt wenn es jetzt wahrscheinlich ist dass Kinder sich von dem Beachvolleyballplatz oder von dieser Anlage Richtung Teich begeben wo sie eigentlich nichts zu suchen haben da muss ich auch dieses Verhalten einkalkulieren wie gesagt das Entscheidende ist hier bei den Kindern man muss hier mit jugendlicher Unvernunft rechnen mit dem Spieltrieb oder irgendjemand schießt einen Ball in diese Richtung da hatten wir einen Fall in München da wurde ein Ball in die Isar geschossen und dann ist einer hinterher und ist dann ertrunken also das sind Dinge mit denen man muss grundsätzlich rechnen dann gibt es wieder Fälle das ist dann tatsächlich allgemeines Lebensrisiko oder ein schlimmes Unglück aber es gibt dann auch Fälle wie hier wo man hätte etwas tun müssen um dieses Unglück zu verhindern woran wenn sie das mal so grundsätzlich darstellen können überhaupt sie haben ja schon gesagt es ist sehr sehr stark einzelfallabhängig aber woran orientiert sich denn jetzt so eine Kommune wenn sie so eine Gefährlichkeit einschätzt sie guckt einmal nach dieser Eröffnung über die wir gerade gesprochen haben und dann also was ist sozusagen der die rote Linie oder was sind die entscheidenden Kriterien an denen an denen sich eine Kommune orientieren muss ja es ist ein schwieriges Thema also die Kommunen haben es da in dem Sinn nicht leicht oder die sogenannten kommunalen Entscheidungsträger haben es nicht leicht weil sie müssen nach der Rechtsprechung des BGH ein sogenanntes Ex-ante-Urteil fällen also das heißt ein Urteil vorher vor dem Unfall ob etwas gefährlich ist ja oder nein und es ist schwierig vor allem wenn man lange Jahre schon in der Kommune tätig ist da vielleicht aufgewachsen ist und so der Grundsatz gilt tausendmal ist nichts passiert dann wird man auch schon langsam ein bisschen betriebsblind ja und man muss auch eine gewisse Fantasie entwickeln was denn alles passieren könnte ja und muss sich die Sache genau anschauen also wenn ich Sicherheitskonzepte erstelle dann schicke ich so einen Fragenkatalog los und dann werden mir so ein paar so Gefahrenstellen aufgezeigt und dann kommt der Ortstermin und dann entdecke ich mindestens nochmal zwei drei Gefahrenstellen wo man was machen muss warum weil die kommunalen Bediensteten da gar nicht dran denken und auch nicht dran denken können weil sie auch so ein bisschen betriebsblind sind also es braucht eigentlich den Blick von außen weil die Faktoren einfach so vielfältig sind auch und es immer darauf ankommt haben sie schon gesagt wer badet da wo gehen die Leute rein ist keine Ahnung ist das Wasser klar oder trüb also viele Faktoren die da einfach rein so dass man es schwer verallgemeinern kann man muss auch eine Fantasie haben also man muss Erfahrung haben mit diesen Dingen also man muss wissen was ist denn alles schon im Kontext einer Badenutzung oder auf dem Mountainbike Trail oder sonst irgendwo oder im Waldkindergarten passiert und wenn ich das nicht weiß dann fällt es mir möglicherweise schwer diese etwas paranoide Fantasie zu entwickeln was denn alles passieren kann Sie haben in dem Leitfaden den Sie für das Bayerische Justizministerium ich glaube 2021 zur Verkehrssicherungspflicht an Badegewässern erstellt haben neben dem Fall jetzt über den wir gerade gesprochen haben weitere Ereignisse genannt die dafür eine gewisse Verunsicherung gesorgt haben bei den Kommunen und darunter ist auch eine BGH Entscheidung von 2017 da ging es wenn ich es richtig gelesen habe darum dass in einem Freibad oder ähnlich ein Baum umgestürzt ist und ein Mädchen dabei zu Tode gekommen ist das ist ja nochmal ein ganz anderer Fall aber vielleicht können Sie das auch nochmal erläutern ja also das ist das sogenannte Bojenurteil des BGH das ist also vor allem in Bayern fehlinterpretiert worden also dieses Urteil hat dann dazu geführt aus welchen Gründen auch immer das kann ich juristisch nicht nachvollziehen dass hier Badestege abgesperrt wurden oder abgesägt wurden Sprungtürme geschlossen worden sind Badeinseln reingezogen worden wohlgemerkt bei natürlichen Gewässern und da ging es eigentlich um ein entgeltpflichtiges kommunales Freibad mit einem künstlichen Becken und da war es nur so dass dass hier eine Aufsichtspflicht des Bademeisters verletzt worden ist und der BGH wohlgemerkt aber im zivilrechtlichen Kontext nicht im strafrechtlichen Kontext eine sogenannte Beweislastumkehr angenommen hat also bei einer groben grob fahrlässigen Pflichtverletzung dann musste dann quasi die die Kommune beweisen dass auch bei rechtzeitigen Rettungsbemühungen hier der dass das Mädchen hätte rechtzeitig gerettet werden können aber das spielt eigentlich für Strafrecht keine Rolle das ist Frage des Zivilrechts das sind zivilrechtliche Beweislastregelungen im Strafrecht da haben wir immer noch den Grundsatz in dubio pro reo aber hier war jetzt beim Amtsgericht Schwalmstadt war die Sache klar also da hat man die Kausalität ohne weiteres bejahen können wenn wir jetzt sozusagen mal den Schluss den Schlussstrich ziehen dieses Urteil aus Schwalmstadt und jetzt auch aus Marburg das hat ja wirklich viele Stadtoberhäupter oder Gemeinderäte denn es ist ja nicht immer nur der der Bürgermeister alleine im Zweifel verantwortlich verunsichert es haben sich alle gefragt was müssen sie denn jetzt machen müssen die jetzt eine Gefahrenanalyse für das gesamte Gemeindebiet erstellen lassen muss jetzt der Oberbürgermeister in Frankfurt gucken ach Gott da ist es ja am Main da könnte jemand reinfallen da fällt das Ufer irgendwie steil ab und jetzt muss der ganze Main abgesperrt werden also das war jetzt mal etwas zugespitzt formuliert die Frage die sich viele gestellt haben also was im Grunde die Frage was raten sie jetzt diesen kommunalen Verantwortungsträgern ja also es ist in der Tat so und das ist ja auch letztlich auch 80% meiner Tätigkeit also ich werde von diversen Kommunen beauftragt jetzt mittlerweile sogenannte urbane Sicherheitskonzepte zu erstellen das heißt man geht die ganzen Gewässer in der Stadt ab in den Parks und schaut ob und was da passieren kann das ist natürlich ja schwierig zu beurteilen deswegen hat auch das Justizministerium gemeint ich soll diesen Leitfaden verfassen unter anderem als Anleitung für die Kommunen selbst es ist natürlich wie ich schon ausgeführt habe schwierig zu beurteilen ob das jetzt tatsächlich eine Gefahrenstelle ist ja oder nein ja und aber vielleicht es geht ja wirklich nur um diese ganz schlimmen Fälle um diese lebensbedrohlichen Fälle das ist der entscheidende Punkt ja also diese Fallen und da glaube ich wenn man den Leitfaden liest wenn man jetzt hier das Urteil vom Amskis Schwalmstadt liest gibt es doch schon eine gewisse Handhabe oder ein gewisses Gefühl was ich denn tun muss letztendlich wenn ich aber eine gewisse Sicherheit haben möchte und quasi Schutz vor einer strafrechtlichen Verfolgung brauche ich ein exkulpierendes Element und da bietet sich an dass man dann externes Sachverständigen Gutachten vorzugsweise durch Juristen einholt um da letztlich Sicherheit zu haben und das ist ja genau das was ich jetzt hier in meiner täglichen Praxis sehe was was die Kommunen auch schon vor dieser Bestätigung durch das Landgericht Marburg jetzt verstärkt machen dass sie nämlich solche Sicherheitskonzepte beauftragen und vielleicht darf ich noch eines anfügen was mir noch wichtig erscheint es geht hier wie gesagt um strafrechtliche Verantwortung und strafrechtliche Verantwortung knüpft in der Regel an einem sogenannten Organisationsverschulden die Ermittlungsbehörden oder die Strafverfolgungsbehörden packen nicht den Bauhof Mitarbeiter sondern die gehen zwei drei Etagen höher und setzen an bei den sogenannten kommunalen Entscheidungsträgern und zu diesen kommunalen Entscheidungsträgern gehört aber auch Gemeinderat Stadtrat oder hier die Stadtverordnungsversammlung es kann passieren im Wege der sogenannten Gremienkausalität wenn es zum Beispiel der Gemeinderat oder Stadtrat sagt ich möchte hier kein Sicherheitskonzept das ist zu teuer oder es braucht es nicht dann kann es sein dass die Mitglieder dieses Gremiums wenn sie dagegen stimmen und es kommt dann zu einem Unfall dass die strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden können das heißt es trifft nicht immer nur das Stadtoberhaupt in den seltenen Fällen wo es überhaupt ins strafrechtliche geht richtig genau also es kann alle treffen also sowohl den kommunalen Entscheidungsträger hier hat sich der Bürgermeister verteidigt dass er gesagt hat er hätte es nie beim Stadtrat durchgebracht dann hat er aber das Amtsgericht gesagt das ist egal er hätte das irgendwie beanstanden müssen als rechtswidrig die Rechtsaufsichtsbehörde einschalten müssen aber auch dann wenn jetzt hier tatsächlich zur Abstimmung gekommen wäre und die Stadtratsmitglieder hätten gesagt nein das ist nicht notwendig dieses Sicherheitskonzept und deswegen ist es dann zu diesem Unfall gekommen dann fände ich es wenig überraschend wenn da nicht gleichzeitig noch Ermittlungen gegen die Mitglieder des Stadtrats aufgenommen werden die gegen die Maßnahmen gestimmt haben Herr Kraft ein Thema was glaube ich viele bewegt und jetzt nach dem Marburger Urteil nochmal wieder an Fahrt aufgenommen hat in der Debatte vielen Dank für alles was Sie dazu erklärt haben und schön dass Sie bei uns im Podcast waren sehr gerne in unserem gerechten Urteil beschäftigen wir uns diese Woche mit einer Entscheidung des Landesverfassungsgerichts aus Mecklenburg-Vorpommern zur Besetzung von zwei Untersuchungsausschüssen im Landtag und das Gericht hat geurteilt dass die Besetzung um die es da geht nicht gegen die Landesverfassung verstößt zum Hintergrund der erste Ausschuss um den es geht ist ein Ausschuss zu den Unikliniken Rostock und Greifswald da gibt es Vorwürfe zu Missmanagement zur Verschwendung von Steuermitteln und zu anderen Missständen durch die möglicherweise die medizinische Versorgung der Bevölkerung gefährdet worden sein soll und der zweite Untersuchungsausschuss ist zur Klimastiftung des Landes da wissen jetzt wahrscheinlich sofort alle um was es geht aber dazu kommen wir später noch ein bisschen genauer und die Sitzverteilung im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern sieht so aus dass die SPD 34 Sitze hat die AfD 14 die CDU 12 die Linke 9 und die Grünen und die FDP jeweils 5 und die Koalition aus SPD und Linken hat dann beschlossen dass diese beiden Untersuchungsausschüsse statt mit 13 Mitgliedern nur mit 9 besetzt sein sollen da gab es Änderungsanträge das Ergebnis war dann dass in den Ausschüssen 4 Leute von der SPD drin saßen und von allen anderen Fraktionen nur je einer und die CDU ist dagegen vorgegangen mit dem Argument dass die Ausschüsse durch das Stärkeverhältnis im Landtag spiegelbildlich abbilden müssen und dafür mit 13 Personen statt nur mit 9 besetzt werden müssen wenn man sich das jetzt mal kurz ausrechnet wenn man die Zahlen ins Verhältnis setzt 12 CDU Sitze versus 34 SPD Sitze da hat die CDU dann etwa ein Drittel aber ein CDU Vertreter im Ausschuss versus 4 SPD Vertreter im Ausschuss das ist nur ein Viertel also weniger und die CDU Stefan hat sich dann in ihrer Argumentation vor dem Verfassungsgericht auch im Grunde fast wörtlich auf die Landesverfassung bezogen Ja und da gab es tatsächlich auch einen Anhaltspunkt zu Artikel 34 der Verfassung von Mecklenburg-Vorpommern zu Untersuchungsausschüsse im Absatz 2 hat tatsächlich so eine etwas ausführliche aber dann doch auch im Ansatz zumindest widersprüchliche Norm da steht nämlich im Untersuchungsausschuss sind die Fraktionen mit mindestens je einem Mitglied vertreten im Übrigen werden die Sitze unter Berücksichtigung des Stärkeverhältnisses der Fraktionen verteilt dabei ist sicherzustellen dass die Mehrheitsverhältnisse im Untersuchungsausschuss den Mehrheitsverhältnissen im Landtag entsprechen und das ist nun genau die Norm auf die sich dann die CDU berufen hat weil sie halt gesagt hat du hast das ja eben sehr schön vorgerechnet dass eben dann ja diese Mehrheitsverhältnisse da gar nicht mehr so richtig abgebildet seien auf der anderen Seite ist es natürlich immer so wenn man ein großes Gremium wie den Landtag hat und dann ein kleines Gremium hat wo man versucht die Mehrheitsverhältnisse abzubilden dass es da auch immer zu statistischen Verzerrungen kommen kann und das war dann auch der Grund warum die CDU nicht erfolgreich war in Greifswald beim Landesverfassungsgericht die Richter haben gesagt es ist nicht so dass das bestmögliche Stärkeverhältnis was die Arbeitsfähigkeit eines solchen Ausschusses sicherstellt in maximaler Weise dass das vom Gericht gewährleistet werden muss sondern das Gericht überprüft quasi nur wird dieser Mindeststandard der Verfassung eingehalten und das ist hier eben gegeben es ist für die CDU schon gerade ein bisschen ich sag mal unkomfortabel weil sie gerade auch noch den Ausschussvorsitzenden hat in diesem Untersuchungsausschuss zur Klimastiftung das heißt ja der muss sich quasi dann immer selber dran nehmen wenn er irgendwie dann auch noch die CDU-Position einbringen muss auf der anderen Seite muss man sagen dass die CDU bei der letzten Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern halt auch sehr schlecht abgeschnitten hat und dass dann jetzt einfach sozusagen auch die Konsequenz ist ja aber es ist glaube ich noch aus zwei anderen Gründen ein spannendes Urteil würde ich sagen ja genau zwei Gründe der erste Stefan vielleicht kannst du da auch noch mal ein bisschen was zu sagen also es scheint ja so ein bisschen als wäre das ja denen so jetzt ein bisschen auf die Füße gefallen dass die in in ihrer Verfassung in dem Verfassungstext diese Vorgaben sehr ausführlich formuliert haben das Grundgesetz ist da ja ein bisschen knapper und hier haben wir eben diese beiden Sätze mit dem mindestens je ein Mitglied und dann aber Berücksichtigung der Stärkeverhältnisse das steht ja in so einem gewissen Spannungsverhältnis und das hat dann sag ich mal ja diese Sache eigentlich erst möglich gemacht absolut also das war tatsächlich auch einer der wesentlichen Gründe warum ich die Entscheidung ausgewählt habe weil man da wirklich sehen kann an dieser Norm zu den Untersuchungsausschüssen wie unterschiedlich man so eine Verfassung gestalten kann wir haben ja jetzt eben nur einen kleinen Auszug vorgelesen aber wenn man sich die Norm zu den Untersuchungsausschüssen in der Verfassung von Mecklenburg-Vorpommern anguckt dann hat man echt das Gefühl da hatte irgendwie jemand sehr viel Tinte als er das geschrieben hat ja also es ist eine sehr sehr lange Bestimmung und im Grundgesetz in Artikel 44 der ja eigentlich dasselbe regeln soll nämlich auch was sind eigentlich Untersuchungsausschüsse und welche Befugnisse haben die ist es viel viel knapper gefasst das hat natürlich rechtshistorische Gründe es war so dass 1949 im Parlamentarischen Rat insgesamt sehr darauf geachtet wurde die Verfassung nicht zu überfrachten das Ganze war ja als Provisorium gedacht man hat die Normen daher sehr knapp formuliert und die Verfassung von Mecklenburg-Vorpommern wurde eben erst nach der Wiedervereinigung geschrieben mit ja einer sehr ausgiebigen Sachverständigenkommission und einer breiten Beteiligung im Landtag man versuchte auch sozusagen Erfahrungen von anderen Bundesländern einzubeziehen und das hat so ein bisschen dann zur ich sag mal Geschwätzigkeit im Verfassungstext geführt wo dann eben manchmal auch Normen drinstehen wie jetzt hier wo eben einerseits steht Mehrheitsverhältnisse berücksichtigen andererseits dann aber doch ziemlich klar gesagt wird wie das Ganze aussehen soll dass das dann zumindest solche scheinbaren Widersprüche entstehen können Ja und der zweite Grund warum wir dieses gerechte Urteil gewählt haben ist natürlich auch sag ich mal der aktuelle Aufhänger diese Klimastiftung des Landes um die es da geht die in dem einen Untersuchungsausschuss der jetzt kürzlich die Arbeit aufgenommen hat die neueste wollte war vor ein paar Tagen als rauskam dass eine Finanzbeamtin Steuererklärungen verbrannt hat vor lauter Panik was da passiert und dann hieß es danach nee es habe überhaupt gar keinen politischen Druck gegeben und das ist alles natürlich noch in der Aufklärung und da soll jetzt natürlich dieser Untersuchungsausschuss auch mithelfen dass das alles aufzuklären was da gelaufen ist Stefan gib doch noch mal ganz kurz einen Überblick was es mit dieser Stiftung eigentlich auf sich hat denn auch die hat ja Bezug zu Russland und zum Angriffskrieg gegen die Ukraine das stimmt also insofern passt es auch tatsächlich in diese Woche nach dem nach dem Jahrestag ganz gut du hast es ja zu Beginn des gerechten Urteils schon so ein bisschen angeteasert hast gesagt bei der Stiftung weiß jetzt jeder worum es geht das ist ja eigentlich bei einer Landesstiftung ziemlich unwahrscheinlich da denkt man das ist doch jetzt nicht so was krass bedeutendes aber diese Stiftung ist tatsächlich ein großes Politikum sie wurde ursprünglich mal noch vor dem Ukraine-Krieg ins Leben gerufen um die Sanktionen zu Nord Stream 2 zu umgehen weil damals ja die USA angekündigt hatten dass Unternehmen die da eben mithelfen dass die Sanktionen fürchten müssen gleichzeitig wurde auch als Zweck der Stiftung der Klimaschutz verankert wo aber damals schon viele gesagt haben das ist eigentlich eher so ein Alibi gewesen naja und zum richtig politischen Streit wurde das Ganze dann im vergangenen Jahr und zwar zwischen der Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern Manuela Schwesig und ihrem Amtsvorgänger politischen Ziehvater Erwin Sellering der nun Vorsitzender dieser Stiftung war die beiden sind sich nämlich ziemlich in die Haare darüber geraten ob diese Stiftung jetzt eigentlich aufgelöst werden kann oder nicht unsere juristischen Zuhörer wissen dass da ja eine ganz wichtige Rolle die Stiftungssatzung spielt und da steht eben drin dass bei Unmöglichkeit des Stiftungszwecks oder Änderung der Verhältnisse die Stiftung aufgelöst werden kann und Schwesig und Sellering haben sich dann eben darüber gestritten ob das jetzt aufgrund des Ukraine-Kriegs eingetreten sei oder nicht haben dann als Kompromiss gesagt dass der Vorstand zurücktreten werde sobald der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb der Stiftung abgewickelt sei das sollte eigentlich in September 22 erfolgen und dann ist genau das eingetreten was du gesagt hast dass es dann nämlich diesen Finanzstreit gab weil das Finanzamt dann für eine Zuwendung aus Russland dann eben gesagt hat ja dafür muss noch Schenkungssteuer erhoben werden ja das eben ist die Stiftung nicht mit einverstanden hat jetzt auch vor dem Finanzgericht in Greifswald dagegen Klage eingereicht und das wiederum bedeutet jetzt dass die Stiftung irgendwie immer noch besteht bis dieser Rechtsstreit geklärt ist und der Untersuchungsausschuss wird jetzt eben auch klären müssen warum eigentlich diese Schenkungssteuer erst zu spät erhoben wurde warum die Finanzbeamtin die Steuerunterlagen der Stiftung dann im Kamin verbrannt hat also da gibt es viel zu tun und dass dieser Ausschuss jetzt arbeiten kann hat natürlich auch sozusagen erst so richtig funktioniert durch das Urteil des Landesverfassungsgerichts insofern in vielerlei Hinsicht ein sehr interessantes Urteil was wir unseren Hörern natürlich zur Lektüre empfehlen zum Abschluss kommen wir jetzt wie schon vergangene Woche auch zur Hörerfrage die wir hier immer wieder in der Sendung haben und ja es hat wieder jemand eine Frage an uns geschickt aber es ist eine ganz andere Frage betrifft ein ganz anderes Thema als in der vergangenen Folge aber sie ist nicht minder interessant und sie kommt von unserem Stammhörer Adrian Bernhard hier seine Frage Mein Name ist Adrian Bernhard und ich habe eine Frage zu Ihrem Beitrag hinsichtlich der Berliner Justizbehörden zum Anfangsverdacht beziehungsweise nicht Anfangsverdacht gegen Christian Lindner wegen Vorteilsannahme speziell und konkret möchte ich mich nur zur Zuständigkeits Verteilung der Justizbehörden erkundigen und hier ist die rechtlich vorgesehene beziehungsweise rechtlich vorgegebene Zuständigkeits Verteilung zwischen Berliner Staatsanwaltschaft und Berliner Generalstaatsanwaltschaft gemeint denn ich vermute salopp gesprochen dass es nicht so ist dass die Generalstaatsanwaltschaft nur für die einfachen medienwirksamen Einzelfälle zuständig ist und die Staatsanwaltschaft sich mit allen anderen übrigen Fällen beschäftigen und dabei interessiert mich auch welche Rolle dem Berliner Justizministerium zukommen würde wenn es beispielsweise zu einem Kompetenzwirrwarr der beiden Staatsanwaltschaften kommen sollte die Frage wäre also auch inwieweit dann Ordnung in Form eines in Anführungsstrichen durch Regierens hergestellt werden könnte und inwieweit man sich auf sozusagen die autonomen Bereinigungskräfte in den Behörden selbst verlassen möchte vielen Dank vorab Stefan du hast dich wie immer mit der Frage beschäftigt und hast auch einiges zusammen recherchiert und telefoniert diese Woche dazu was antwortest du unserem Hörer ja ich fand die Frage wirklich sehr spannend die bezieht sich ja auf Folge 241 in der sich Reinhard Müller und ich mit diesen Vorermittlungen gegen Bundesfinanzminister Christian Lindner beschäftigt haben die ja am Ende dann eben nicht zu einem Anfangsverdacht wegen Korruptionsdelikten geführt haben und ja ich hatte in der Tat diese Woche Kontakt mit dem Pressesprecher der Generalstaatsanwaltschaft in Berlin und hab genau diese Hörerfrage mit ihm dann besprochen Hintergrund des Ganzen ist dass es tatsächlich zu Beginn des Jahres wie vielleicht der Hörer auch schon vermutet hat eine Veränderung der Geschäftsverteilung innerhalb der Generalstaatsanwaltschaft gab und zwar wurde der Bereich der Korruptionsbekämpfung auf Grundlage von 145 Absatz 1 Gerichtsverfassungsgesetz von der Staatsanwaltschaft auf die Generalstaatsanwaltschaft übertragen das ist auch möglich wenn man sich diese Normen aus dem Gerichtsverfassungsgesetz anguckt da steht drin die ersten Beamten der Staatsanwaltschaft bei den Oberlandesgerichten und den Landgerichten sind befugt also damit ist der Generalstaatsanwalt beziehungsweise in Berlin die Generalstaatsanwältin gemeint bei allen Gerichten ihres Bezirks die Amtsverrichtung der Staatsanwaltschaft selbst zu übernehmen oder mit ihrer Wahrnehmung einen anderen als den zunächst zuständigen Beamten zu beauftragen das klingt ja wenn man das jetzt hört erstmal nach so einer Einzelfallentscheidung und das war tatsächlich in Berlin in einem anderen Fall im vergangenen Jahr auch ein ganz großes Thema wir erinnern uns alle an den Korruptionsskandal rund um den Rundfunk Berlin-Brandenburg Stichwort Intendantin Patricia Schlesinger da war das Ganze nämlich schon mal Thema mit der Zuständigkeitsverteilung und da hat wie ich finde auch aus sehr nachvollziehbaren Gründen dann eben auch die Generalstaatsanwältin gesagt das ist jetzt eigentlich eine Nummer zu groß für den einfachen Staatsanwalt und deshalb ist dafür jetzt eben die Generalstaatsanwaltschaft zuständig und das hat letztlich dann dazu geführt dass dieser gesamte Zuständigkeit Korruptionsdelikte in die Zuständigkeit der Generalstaatsanwaltschaft jetzt übergegangen sind da gibt es auch noch einen anderen Grund für der Korruptionsbeauftragte des Landes Berlin der dafür zuständig ist Bürgerhinweise auf Korruption in der Verwaltung entgegenzunehmen der ist auch schon seit langem bei der Generalstaatsanwaltschaft angesiedelt also insofern ist auch das durchaus schlüssig dass es dann so ist und ja in 145 steht ja auch schon wer das entscheiden darf auch das hatte der Hörer ja gefragt ist das jetzt eigentlich eine Sache von der Justizsenatorin oder eben von der Generalstaatsanwältin es ist so dass das tatsächlich die Generalstaatsanwältin entscheiden darf mir hat der Pressesprecher aber gesagt dass die Senatsverwaltung für Justiz zuvor davon unterrichtet wurde was in solchen Fällen auch üblich ist ja also eigentlich sozusagen etwas was jetzt gar nicht so viel mit Christian Lindner zu tun hatte sondern eher mit dem RBB trotzdem natürlich ein spannender Zufall und deshalb auch eine sehr gute Hörerfrage weil das natürlich zeitlich total zusammenfiel diese Vorermittlungen gegen Lindner waren halt also wurden Anfang Januar publik genau da hat sich auch die Zuständigkeitsverteilung geändert und da gibt es ja vielleicht dann schon den einen oder anderen der erstmal vermutet das hängt miteinander zusammen und deshalb sind wir auch sehr dankbar wenn es so aufmerksame Hörer gibt die uns dann danach fragen und auf jeden Fall auch deshalb eine interessante Frage weil also es ist ja in den Bundesländern unterschiedlich das ist jetzt ein Berliner Fall aber trotzdem gibt es ja immer wieder Verfahren wo sich glaube ich unsere Hörer oder Leser oder Menschen überhaupt die sich mit solchen Themen beschäftigen fragen warum jetzt eigentlich die Generalstaatsanwaltschaft warum nicht die Staatsanwaltschaft und wann ist es der Generalbundesanwalt und so weiter und wie kommt das eigentlich alles zustande wer jetzt für was zuständig ist und das ist eine sehr wichtige Frage auch und ja deshalb vielen Dank dafür das hat uns jetzt Gelegenheit gegeben an einem Fall mal darzustellen wie das laufen kann und was dafür erfüllt sein muss ja liebe Hörerinnen und Hörer und wenn Sie auch eine Frage für uns haben die Sie uns gerne stellen möchten die wir beantworten sollen oder die Stefan beantworten soll sagen wir es mal so oder wenn Sie andere Rückmeldungen haben Themen, Ideen, Anregungen für unseren Podcast dann melden Sie sich gerne immer jederzeit wir freuen uns darüber mailen Sie uns einfach an einspruchpodcast at fhz.de und für die Hörerfrage ist es wichtig dass Sie uns die bitte immer als Sprachnachricht schicken wenn Sie bald Ihr Referendariat vor sich haben dann gibt es auch noch eine andere Möglichkeit mit uns in Kontakt zu treten unter frankfurterallgemeine in einem wort.de slash Referendariat finden angehende Referendare alle Infos zu einer Station im Justiziariat der FAZ und wer da als Referendarin oder Referendar tätig ist der hat auch die Möglichkeit sich in der Einspruchredaktion einzubringen und für heute bleibt uns dann eigentlich nur noch Danke zu sagen fürs Zuhören und ja wir aus dem kalten aber sonnigen Frankfurt hoffen dass es bald wärmer wird dass der Frühling wirklich kommt und das wünschen wir Ihnen allen auch und ja eine schöne Restwoche Auch von mir eine schöne Woche und bleiben Sie einspruchtreu und ja bis zum nächsten bis zum nächsten